Die letzte Frage können wir uns eigentlich schenken, aber ich stelle sie dir trotzdem. Was ist für dich der beste Auspuffhersteller? Was geht ab, meine Flexer? Willkommen in dieser neuen YouTube-Folge. Heutige Frage, was ist die beste Auspuffanlage? Und ich frage mich, was ist das für eine? Ich würde sagen, viel Spaß beim Schauen. Was ist für dich die beste Auspuffanlage? Ich habe bei meiner eine Jekyll drauf. Okay. Die ist schon ganz geil. Okay. Beste Auspuffanlage? Kestech. Beste Auspuffanlage für dich? Ich bin noch im Überlegen, ob Jekyll und Hyde oder Pencil. Oh, Pencil sogar. Welche Auspuffanlage ist für dich die beste? Jekyll und Hyde, ganz klar. Gut, dann haben wir wieder eine im Team Jekyll. Was ist für dich die beste Auspuffanlage? Die beste Auspuffanlage ist die Jekyll. Ohne Cut hört sie sich natürlich viel besser an. Was ist die beste Auspuffanlage? Jekyll und Hyde ist gut. Du, sag einfach ruhig. Ja, doch. Jekyll. Jekyll. Finde ich gut. Okay. Welche Auspuffanlage ist für dich die beste? Jekyll und Hyde. Einmal fahren Sie ab. Ich fahre auf meiner Highway King eine Kess, auf meiner El Diablo eine Jekyll. Deswegen bin ich komplett 50-50. Okay. Und seid mir da nicht böse. Aber ich habe immer abgewechselt und bleibe immer neutral. Wirklich neutral? Bis vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, Kess-Tech aktuell bin ich Freund von Jekyll. Aber auch nur, weil mir die 2-in-1-Anlage besser gefällt von beiden, die es aktuell da gibt für meinen Tourer. Kess-Tech. Jekyll und Hyde. Jekyll und Hyde? Ja, ich weiß, du anders, aber ich schon. Die letzte Frage können wir uns eigentlich schenken, aber ich stelle sie dir trotzdem. Was ist für dich der beste Auspuffhersteller? Ja, es gibt ja nur Kess-Tech, oder? Jekyll und Hyde. Ja, den ich halt drauf habe. Der wäre? Ja, Jekyll halt. Okay. Okay. Also ich merke eine Tendenz. So Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Checkt gerne Dan und auch Mato aus. Und checkt auch den mit Instagram-Profilen aus, auch meinen gerne. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und teilen nicht vergessen.